Ich denke, wir brauchen gar nicht mehr lange drum herum zu reden und Sie haben es selber erraten. Bei meinem Konzept handelt es sich um Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing, aber perfektioniert und optimiert ohne Ende. Richtig angewendet und hier liegt eigentlich das größte Problem. Es liegt nicht an Ihnen, sondern nur an dem Konzept. Es muss nicht an Ihnen liegen, sondern nur das Konzept ist wichtig. Und mit meinem Konzept funktioniert das. Ich habe es mittlerweile oft genug erwähnt, dass ich mein Konzept immer weiter optimiere und perfektioniere. Ich hatte Ihnen im letzten Video auch meine Rekord-E-Mail gezeigt, die nur aus 5 Zeilen bestanden hat und mir einen Gewinn von 3.789 Euro beschert hat. Jetzt müssen Sie auch hier bedenken, das ist ja nur eine einzige E-Mail, die ich im September verschickt habe. Natürlich ist es aber auch so, ich verdiene nicht mit jeder E-Mail 3.700 Euro. Das ist gar keine Frage. Das kann man nicht immer auf Knopfdruck wiederholen. Aber was man auf Knopfdruck wiederholen kann, ist definitiv, dass man Gewinne einfährt, dass man Geld verdient. Das geht auf Knopfdruck. Die meisten E-Mails liegen natürlich deutlich unter diesem Wert. Aber wenn ich pro Monat, so wie ich zum Beispiel, mindestens 10 E-Mails verschicke und etwas unter diesen 3.789 Euro liege, dann wissen Sie, wo die Reise ungefähr hingeht oder hingehen kann. Da ich immer weiter optimiere, immer weiter entwickle, habe ich mir die letzte Zeit wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie ich Videomarketing noch besser einsetzen kann und noch mehr nutzen kann, weil gerade Videomarketing in Deutschland noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Hier schlummert ein Potenzial, das wirklich, ja, ich kann es gar nicht, in Zahlen kann man es wohl nicht ausdrücken, aber das Potenzial ist einfach nur riesig. Genau in diese Richtung habe ich etwas entwickelt für Affiliates und zwar PLR-Videos. Vielleicht sind Ihnen PLR-E-Books bekannt mit dieser Vorgehensweise oder PLR heißt Private Label Rights und Sie bekommen hier, ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, denn diese Taktik soll alleine den Club-Mitgliedern vorbehalten bleiben. Ich fände es hier sehr unfair, vorher schon mega Infos hier rauszugeben zu dieser Taktik. Auf jeden Fall gibt es PLR-Videos noch nirgends. Noch nicht einmal in den USA, dem Vorreiter von allen Marketing-Techniken im Prinzip, habe ich diese Taktik finden können. Für PLR-Videos müssen Sie auch in keinster Weise auch nur ein einziges Video selbst drehen oder produzieren. Das ist definitiv nicht nötig und trotzdem ist das Video auf Sie personalisiert. Okay, mehr verrate ich an dieser Stelle aber wirklich nicht. Ich möchte Ihnen aber noch, wie im letzten Video angekündigt, erklären bzw. sagen, was Mike Fieldsheim, Daniel Dirks, David Seffer, Reto Stuber und viele, viele andere bekannte Internet-Marketer mit dem VIP-Affiliate-Club zu tun haben. Kurz und schmerzlos, alle diese bekannten und mehr als erfolgreichen Internet-Marketer konnte ich dafür gewinnen, in meinem VIP-Affiliate-Club Lernlektionen abzuhalten. Von allen diesen Marketern finden Sie im VIP-Affiliate-Club Bonuslektionen und zwar ausgerichtet auf die Spezialthemen dieser Marketer. Jeder Marketer hat so seinen starken und etwas schwächeren Bereich und diese Marketer zeigen Ihnen nicht etwas aus Ihrem schwächeren Bereich, sondern wirklich da, wo Sie richtig stark sind, wo Sie richtig, ja, wo Sie Experte in dem Gebiet sind. Und diese Lektionen halten diese Leute oder diese Marketer, diese Leute hört sich ein bisschen doof an, diese Marketer halten im Club Lektionen ab, nur für die Mitglieder. Die Inhalte sind speziell für den VIP-Affiliate-Club produziert und finden Sie nirgends an, nirgends anders. Ich kann an dieser Stelle auch gar nicht alle Marketer direkt aufzählen, die wirklich etwas für den, oder die mit dem VIP-Affiliate-Club, mit mir zusammen, etwas für Sie tun werden. Mike Fieldsheim, Daniel Dirks, David Seffer, Reto Stuber, Chris Ferrell, zwei mehr als erfolgreiche Marketer aus dem amerikanischen Markt. Da können Sie wirklich sehr, sehr gespannt sein. Die anderen Namen könnten Ihnen vielleicht schon, oder sollten Ihnen vielleicht schon geläufig sein, wie Daniel Dirks, David Seffer und so weiter. Bonuslektionen, die es absolut in sich haben. Wenn Sie also in Zukunft mit minimalen Investitionskosten quasi null Risiko im Internet erfolgreich werden wollen als Affiliate und als einer der ersten PLR-Videos in Deutschland einsetzen möchten und damit Geld verdienen möchten, also an einem Megamarkt Videomarketing teilhaben möchten, was allerdings auch wieder nur ein kleiner Bereich im VIP-Affiliate-Club ist, dann sollten Sie am Donnerstag um 18 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach schauen und keine Minute zu spät dran sein. Okay, ich sage bis Donnerstag, Ihr Ralf Schmitz. Ciao. Oh, halt! Das hätte ich fast vergessen. Auf dem Nachhauseweg ist mir gerade eingefallen, zu wichtig, um das wirklich beiseite zu lassen. Für den VIP-Affiliate-Club habe ich einen sehr, sehr umfangreichen Beta-Test durchgeführt. Ich hatte vor ca. 5 Monaten auf meinem Blog zu einer Bewerbung aufgerufen und habe dort mehr als 300 Bewerbungen erhalten für 10 Beta-Testerplätze. Und ich bin dieses Mal einen wirklich ganz, ganz anderen Weg gegangen und habe nicht nach bekannten Marketern gesucht, nicht nach bekannten Namen, die schon die Vorgehensweisen kennen, weil meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Deswegen habe ich für meinen Beta-Test User gesucht, die wirklich bei minus 0 noch standen und habe dann 10 Beta-Tester ausgewählt aus diesen 300 Bewerbungen. Und diese 10 Beta-Tester standen wirklich bei minus 0. Entweder hatten sie noch nie etwas verdient oder mit der Materie noch gar nicht angefangen. Für die meisten war FDP wirklich ein Fremdwort, was sie noch nie gehört hatten, geschweige denn irgendwann mal eingerichtet hatten. Diese Beta-Tester haben alle wahnsinnig Gas gegeben. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diesen Beta-Test durchzuführen. Und anhand diesen Beta-Testern, da diese wirklich alle sehr unbedarft waren, habe ich natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Feedback bekommen, wirklich sehr viel Input und meine Lektionen darauf anpassen können. Was passiert ist, die meisten dieser Beta-Tester, die zeitmäßig, der Zeitaufwand liegt wirklich, ist in einem sehr geringen Maße, die wirklich alles mitarbeiten können, haben allesamt schon Provisionen verdient. Teilweise im dreistelligen Bereich. Und das nach Sage und Schreiben weniger als 6 Wochen im Beta-Test und wirklich nur einem ganz, ganz kleinen Teil dieses VIP-Affiliate-Clubs, den diese Beta-Tester bis jetzt abgearbeitet haben. Zusätzlich habe ich mir aber noch 5 Fortgeschrittene mit ins Boot genommen, um mir von diesen sagen zu lassen oder von diesen ein Feedback zu bekommen, wo noch eventuell Schwächen liegen könnten, wo ich noch etwas verbessern könnte. Auch das habe ich natürlich umgesetzt. Und die Beta-Tester sind mehr als zufrieden. Unter diesem Video finden Sie nachher im Anschluss 3, 4 Links zu den Seiten von Beta-Testern. Und diese Beta-Tester, diese Links, die Sie unter dem Video gleich finden, sind wirklich unbedarft in die ganze Sache gestartet, haben bei minus 0 angefangen. Keine Vorahnung gehabt, was die ganze Materie anbetrifft. Von der Technik bis zum Ablauf, bis zu den Taktiken und Tricks hatten diese absolut keine Ahnung. Für die meisten Beta-Tester war, was bis jetzt im VIP-Affiliate-Club passiert ist, in diesem Beta-Test mehr als Neuland. Diese Info durfte ich nicht vergessen oder unterschlagen. Jetzt sage ich aber bis Donnerstag, 18 Uhr. Ciao. Bis zum nächsten Mal.